Ja, was habe ich mir bei diesem Buch gedacht? Warum habe ich es geschrieben? Es ist das erste Buch, Kinderbuch, das ich geschrieben habe, ohne dass ein Kind mehr bei mir gelebt hat. Meine sind erwachsen worden, meine Kinder, trotzdem habe ich mit dem, was ich liebe, weitergemacht, weil es gibt ganz viele Kinder da draußen und deshalb habe ich mir gedacht, ich helfe ihnen ein bisschen dort, wo es oft ein bisschen hapert und wo sie ein bisschen Unterstützung brauchen können. Also gut, ich spiele euch ohnehin Leseproben ein, aber ich gehe da mal direkt auf die erste Seite. Tims Mutter kam jeden Tag um 6 Uhr in sein Zimmer, zog ihm die Decke vom Bett und sagte fröhlich, Aufstehen, kleiner Mann, ab ins Badezimmer mit dir. Ja, also es beginnt ganz normal wie jeden Tag mit dem Alltag. Was macht man? Man weckt sein Kind oder holt es aus dem Bett oder wartet, bis es wach ist. Und sobald es in die Schule kommt, muss es natürlich auch dieses Zähneputzen hinter sich bringen, das Frühstückchen, das Anziehen und dann zur Schule. Und es heißt ja der Buchstabenmeister. Also hat es mit der Bildung, der Sprache, der Schreibschrift, des Lesens zu tun und mit der Schule. Gut, und jetzt erzähle ich euch ein bisschen dazu, warum ich das mache. Bleibt es dran, Fortsetzung folgt.